BR 2018 Am JSG haben wir nicht nur die coolste Schule der Stadt, sondern auch bald wieder die Stadtbibliothek. Die neue Bibliothek wird superhell, richtig groß und echt gut ausgestattet. Über 10.000 Bücher, Spiele und Hörbücher. Witzige Comics oder coole Romane. Spannende Krimis. Mit der besten Aussicht der Stadt. Da können wir dann zusammen lernen, gemütlich lesen und nachmittags mit unseren Familien Brettspiele spielen. Uns ist es wichtig, dass die Stadtbibliothek ein Knotenpunkt im gesellschaftlichen Leben bleibt. Ein lebendiger Erlebnisraum mit hoher Aufenthaltsqualität. Wir haben an drei Seiten Fensterfronten und zusätzlich die Dachterrasse. Und natürlich fußläufig weiterhin von der Innenstadt erreichbar. Feuer frei. Und wenn alles klappt, können wir nächstes Jahr schon über den Dächern der Stadt zusammen spielen und lesen. Und natürlich auch Bücher, um neue Hobbys zu entdecken. Na, willst du auch in der Schule mit der coolsten Bibliothek lernen? Dann komm zum JSG. Hey, wir freuen uns auf dich. Hey, wir freuen uns auf dich.